Wie in der gestrigen Folge versprochen, folgt heute die Fortsetzung österreichischer Fan-Aktivitäten vom vergangenen Wochenende aus der Bundesliga. Beginnen wir in Oberösterreich, wo die SV Ried auf den Wolfsberger AC traf. Der Weststand unterstützte ihre Mannschaft lautstark und zeigte im Verlauf des Spiels ein Spruchband. Großes Maul und Fetzendicht, doch Erfolg bringt unser Vorstand nicht, lautete die Aufschrift auf dem Spruchband der Supras. Die Mannschaften trennten sich mit 0 zu 0. Weiter geht es im Ländle, wo die Austria aus Lustenau auf die Austria aus Klagenfurt traf. Die Nordtribüne leistete abermals lautstarken Support und zeigte ein 17 Jahre unaufhaltsam Banner, das an die Gruppierung Union Nord gerichtet war. Für die Szene aus Klagenfurt ging es mit einem eigenen Bus zum Reichshofstadion. Neben den Zaunfahnen der Fanclubs war auch ein diverse Beenden, jetzt Banner zu erkennen. Nachdem Trainer Peter Pakult die rote Karte sah, blieb er zunächst stehen und lächelte. Erst auf Bitte des Kapitäns ging Pakult auf die Tribüne, in den Auswärtssektor. Lustenau gewann mit 4 zu 2. In Walssitzenheim kam es zum Duell zwischen Red Bull und dem SCR Alltag. Die Alltacher Jungs reisten in sehr starker Anzahl in die Mozartstadt und unterstützten ihre Elf mit Fahnen und Doppelhaltern. Zur Krönung des Tages konnten die Schwarz-Weißen einen Punkt aus Salzburg entführen. Für Sturm Graz ging es in Tirols Hauptstadt, wo man auf die WSG traf. Die Jungs vom Jacomini-Gürtel traten in sehr starker Anzahl den Weg in die Landeshauptstadt an. Dabei hatte man Unterstützung aus Karlsruhe. Es wurden sehr viele Fahnen sowie Doppelhalter mitgebracht und die mitgereisten Fans sahen einen souveränen 2 zu 0 Sieg ihrer Mannschaft. Auch die Szene aus Wattens zündete zu Beginn einige Fackeln. In der Steiermark kam es währenddessen zum Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem LASK. An diesem Tag planten die Landstraßler gleich drei Koios. Zunächst wurde eine Blockfahne vom Stadion nach herabglasen, worauf im Comic-Stil folgende Aufschrift zu lesen war, Götzenverehrung ist Sünde und von A-Moi-LASK wird Maschone züchtig, 2-Moi, 3-Moi geht A. Dazu wurden rote, weiße und gelbe Luftballons hochgehalten. Wenn LASK falsch ist, will ich nicht mehr richtig sein, lautete die Devise der zweiten Choreo. Dahinter wurden Schilder mit Kurvenvokabular und Aufschriften, wofür der LASK für die Fans steht hochgehalten. So war auf einigen Schildern zu lesen, Suchtmittel, Volksverein, Heilmittel, Hüpfen, Vandalen, Gift, Extrem, Scheißgeil. Zur Young Boys Viertelstunde zeigten die mitgereisten Fans ein Banner mit der Aufschrift, Linz gratuliert zu 125 Jahre BSC Young Boys. Man trennte sich mit 2 zu 2. In Wien Favoriten kam es zum 338. großen Wiener Derby zwischen Austria und Rapid Wien. Für die Fans der Grünweißen ging es per Fanmarsch zum Stadion der Violetten. Bereits als die Spieler zum Aufwärmen kamen, wurde der Gästeblock durch einige Fackeln erhält. Zu Beginn zeigten die Hüttedorfer eine Choreo aus Streifen mit der Aufschrift, Forza Rapid, hinter einem großen Banner, das zwischen Ober- und Unterrang befestigt wurde, mit demselben Schriftzug. Nach Seitenwechsel gab es zunächst nur eine Pyro-Show im Oberrang, worauf es in Minute 75, zu Beginn der Rapid-Viertelstunde, eine Pyro-Show im gesamten Auswärtssektor gab. Auf der Gegenseite zeigten die Feichen noch vor Spielbeginn eine Blockfahne mit einer VF-Aufschrift, welche den Viola Fanatics zuzuordnen war. Zu Spielbeginn zeigte die Osttribüne eine Blockfahne in Form eines Vorhangs, der bis ans Stadion nachreichte, in der Zeit zurück und vor, prognostiziert die Wissenschaft unseren Triumph im Hoar, hieß es zu dieser Choreografie. Nach Seitenwechsel gab es dann eine große Pyro-Show, bestehend aus vielen Bengalos und einigen Raketen. Die Violetten konnten das Spiel und damit das Wiener Derby mit 2 zu 0 gewinnen. Nach dem Spiel kam es auch rund um das Stadion zu Ausschreitungen, worauf wir in einem anderen Video detaillierter eingegangen sind. Wenn ihr mehr über diese Begegnung erfahren wollt, dann schaut euch unsere Videos dazu an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt dies mit einer positiven Bewertung. Danke!